Das wird man ja mal sagen dürfen, geht mich zwar nichts an, aber Lassen Sie mich ausreden, jetzt bin ich mal dran Mein Kommentar wurde gelöscht, seit wann wird hier zensiert? Ich sage immer, was ich denk, schnell und unpoliert Stammtisch, stattfest Internet, du willst, dass man dich hört Beim Bäcker oder beim Friseur, wo immer du auch störst Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Behalte sie doch einfach mal für dich Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Sie interessiert mich einfach nicht Leute, wach doch endlich auf, wir werden kontrolliert Ich weiß auch, dass das stimmt, ich hab bei Google recherchiert Die Elite da oben, die macht doch, was sie will Sie lügen und betrügen, das stand heute in der Welt Du redest immer ungefragt, Dialog findet nicht statt Halt mal kurz die Luft an, du gehst mir tierisch auf den Sack Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Behalte sie doch einfach mal für dich Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Sie interessiert mich einfach nicht Du wechselst sie wie Unterhosen, wie's dir grade passt Du redest, du redest und du redest nicht um den Verstand Du bist auf der ganzen Welt, es gibt dich tausendfach Vor lauter Meinung werd ich schon ganz krank Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Behalte sie doch einfach mal für dich Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Sie interessiert mich einfach nicht Behalte deine Meinung, behalte deine Meinung Behalte sie doch einfach mal für dich Ich verhalte deine Meinung, verhalte deine Meinung, sie interessiert mich einfach nicht. Vielen Dank.